hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von skyrim special edition modded ja wir sind noch hier immer unterwegs ich habe auch noch nicht meine mods überprüft muss ich dazu sagen falls was schwammig ist ja ich laufe lieber so hier sind schwarze geister unterwegs wir sind unterwegs für meridias mein gott wir werden reich mit diesen verwesten leichen da liegt noch einer damit immer gut geht dabei müssen wohl reiche schnösel gewesen sein und hier haben wollen wir nicht gold stahlfalle nicht mehr mitnehmen noch eine leiche ja ja ist ja gut jetzt hat sich die tür geöffnet okay dann gehen wir weiter ja ich weiß wir haben eine aufgabe noch für dich zu erledigen schleich modus ich denke ich sehe ich schon da und da und da ach bin aus dem berg da hinten was wirst du und da und wird und um und da es war schon alle wirklich versteckt sich hinter sein da Ah, ich hab ihn aber gleich. Irgendwann mal. Der heilt sich wieder. Der heilt sich nicht heilen, du sollst sterben. Moment. Ah, ich hab den Nahkampf. Wieso bin ich tot? Wieso bin ich tot? Habe ich was verpasst? Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö von vorne anfangen soll natürlich erst mal wieder alles ein wie das na ja und seine sich jetzt gleich übersehen ok wieder aktivieren so dann auf zu den waffen ab in die knie f5 schnell speichern ich habe kein gutes gefühl bei dieser sache ja wer hat schon gute gefühle hier ich schieße einfach mal drauf irgendein treffen wie immer ich muss aber moment und ich mein schwert wieder nicht mein schwert nicht mehr ich will das nichts ja es tut mir leid es tut mir leid es tut mir leid haltet euch fertig und ich bin bezwungen euch zu bringen wenn es tut mir leid es tut mir leid es tut mir leid Es ist vollbracht. Der Schender ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Sofort. Sofort, wenn ich hier alles... Sind das die Geister dieser Toten hier? Ich nehme erst das Gold. Nein, ist schon gut, Junge. Sorry, falls ich dich getroffen habe. Äh, ha. Nein, Essenz der Verzauberung, Giftrezepte, okay. Salz. Nö. Nö. Zaubergefurcht. Zoll 50 Gold. Es tut mir leid. Ja, ich muss dir nicht leid tun. Oh mein Gott. Ich sag ja, wir werden hier reich. Ist ja nicht mehr normal. So viele Leichen hier. Wie viel Gold haben wir schon? 4000. Ja, sofort. Hier ist noch eine Leiche. Ich glaube, die anderen Klecks habe ich alle gar nicht durchsucht, ne? So. Kann das sein. Leer. Oh, die haben aber auch nichts. Nö, die haben nichts. Die haben nichts. War nicht noch was? Zaubertrank der Ausdauer. Nein, 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 nein. Leintücher war für irgendwas gut. Irgendeine Rüstung. Du trägst so viel. Das ist mir jetzt völlig egal. Das regle ich gleich schon. Kannst du noch was nehmen? Da kann ich's nehmen. Aber. Was haben wir denn da für Bücher oder so aufgenommen? Giftrezept. Skiverschwanz und kleines Geweih. Okay. Na, jetzt hab' er gelernt. Furcht. Okay. Achso. Ja, Moment. War schon richtig. Ähm. Eigentlich sind die nix wert. Quatsch. Was hab' ich gemacht? Mit den. Also. Was haben wir hier noch? Orkanglass, Schwert. Ich will die mir anschauen und eventuell verbessern. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Äh. Gut. Verstanden. Äh. Ja, die Ringe und so, die finden wir nicht mehr. Toll. Ich wieder warte, dort klicken. Ne. Ja, komm. Ist auch wurscht. Du meinst noch etwas? Nein. 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 Okay. Haben wir. Haben wir noch nicht. Gut. Die haben wir auch noch nicht. Ich auch noch. Haben wir schon. Die haben wir. Die haben wir. Dann. Was passiert jetzt? Bin geblendet. Hilfe. Ja. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Hätte ja auch schief gehen können. Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen. Auf das mein Einfluss wachse. Jawohl, ja. Äh, ich will dieses mächtige Klinge in euren Namen schwingen. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Ja, bin ja mal gespannt. Im Morgengrauen. Oh, ich bin geblendet. So, was haben wir denn mitkommen? Dämmerbrecher. Steckt Ziele für zwölf Schadenspunkte in Brand. Bei ausgesotteren Toten. Schön. Gut. Wir haben es geschafft. Ja. Aber wieso ist die Kugel jetzt wieder unten? Licht ist aus. Vorbei. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Okay. Wir haben es aber auch wirklich abgeschlossen. Haben wir irgendwas vergessen? Ne, da will ich nicht nochmal rein. Aber. Quest. Ich wollte jetzt gucken. Wo sind wir da? Ist das abgeschlossen jetzt richtig? Aber steht es sonst nicht da abgeschlossen? Ach, da müsste ich auch noch hin. Oh ja. Liebe Leute. Ich werde jetzt erstmal gucken wegen dem Mods. Ein paar Sachen sind modschig geworden. Ob da irgendwie sie sich verabschiedet haben oder so. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios. Adios. Bis dahin.